Weil das hat hier irgendwie jetzt gerade keinen Arsch. Keine Arsch? Wo hast du die Motorsäge hergeholt? Da wo ich war. Na super. Da hat die rumgelegen, da hinten. Ich habe ja schon ein bisschen Energie abgezogen durch die Motorsäge. Weil ich wollte halt einfach Richtung Pfeilen, das habe ich gemacht. Das ist schwer. Ach. Die Gegner sind alle so schwer, die großen Bosse. Das ist doch kein Bosse, das ist doch nur ein orles Motorrad. Eigentlich. Eigentlich bist du das ja, sozusagen. Was muss ich mich killen? Hier, du musst hier hinter den Zaun. Spring hier hinter den Zaun. Spring hier hin, wo ich bin. Genau, so. Soll ich den Kunde mal suchen. Ja, siehst du, ich schmeiß damit irgendwas. Ja, da musst du... Ich will deine Motorsäge, wo du die hattest, ich glaube hier vorne. Warte, lass ihn mal fahren. Aua. Der kommt genau auf dich zu. Kann ich nicht nochmal fahren? Die Mutter sehe ich nicht. Nein! Wir haben getroffen, wir haben getroffen mit dem Baseball. Das funktioniert wohl auch. Ich habe einen Ufo gefunden. Was, einen Ufo? Wir haben einen Rasenmäher. Ich weiß nicht, warum wir das nicht für nutzen. Wir sind wop... Was ist denn jetzt? Warum kotzt denn der jetzt? Jetzt haut drauf, haut drauf, haut drauf, haut drauf, haut drauf. Ne, du hast ja die Zombies. Das ist ein Scheiß, geht dort. Ja, mein, 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 mein Messer ist kaputt. Ach, jetzt kotze ich wieder, ich glaub das jetzt gerade nicht. Ja, jetzt schmeißt der... Boah, jetzt bin ich wieder tot. Ja, schmeiß damit Molotovs. Das ist doof. Ach, nicht kotzen. Ne, ich liege hier. Ich bin tot. Trotzdem tue ich nicht. Was? Ach, so schnell? Ja, jetzt ist das Tate wieder abgelaufen. Also ich glaub, wir müssen, wenn wir das jetzt nicht schaffen, mal unser Self-Gang nochmal laden. Du brauchst halt mal einen ganz kurzen Cut. Und dann... Jo. Wobei, da brauche ich keinen Cut, weil der fragt mich ja dann, ob ich laden möchte. Also, ich... Ich geh mal hier runter. Warte mal, du machst... Warte mal, ich hab jetzt noch... Bist du noch am Leben? Achso, ich lebe sowas von. Steck dich mal irgendwo. Stecken. Wo ist der Typ hin? Ah, hier. Boah, was? Dieser Beschiss. Der hat mich einmal gehauen. Er hat gesagt, du sollst dich verstecken hinter so'n Zaun. Ja, der stand genau vor mir. Hab ich gedacht, ey, jetzt haust du den mal. Der hat mich einmal gehauen. Ich war's tot. Was ist das gemacht? Ein Auto dagegen gefahren. Ja, und was hat's gebracht? Nichts. Auto kaputt. Seh's mir nicht. Genau vor mir. Alter. Ja, der ist genau bei mir. Der hängt grad fest. Ja, nützt mir auch nicht. Wenn ich jetzt hinkomme, kommt drüber auf mich zu. Ja, der hängt die ganze Zeit schon jetzt nicht mehr. Na, ich brauch mal kurz den Bullen-Zombie. Ich brauch einen Bullen-Zombie. Reicht mir also. Die Zeit ist eh gleich wieder vorbei. Also, das kannst du vergessen. Das schaffst du sowieso nicht mehr jetzt. Wage ich zumindest für bezweifeln. Der ist immer noch bei mir. Wir sind auch noch bei dir. Ja, der hängt die ganze Zeit hier fest. Was ist das denn so lange? Komm! Wo ist er? Hier? Hier ist er doch. Wie hat er, Schwain? Wo ist er denn, ich weiß es natürlich nicht. Aber ich nehm es an. Lass mich selber mal überfahren. Lass uns jetzt den Savepoint nochmal. Ja, warte doch. Und dann gehen wir da nicht hin. Du brauchst aber den Chase-Zombrix. Das kotzt mich an. Dann geigeln wir jetzt lieber, bis die wieder was ansagt, fertig, oder? Load a safe game. Ja, dann geigeln wir dann lieber wieder, bis die Sachen, bis die Sachen, bis die Sachen dahin kommen. Ja. Bist wir uns mal ein bisschen in dem Kaufhäuser. Was? Ey, war echt... Er kann nicht sein, dass der so schwer ist. Ich mein... Ich brauch aber nur so richtige Taktik. Ja... Kettensäge war am effektivsten eigentlich. Aber... Naja. Waiting for other players. Hä? Ach jetzt. Ja, liebe Zuschauer, es tut uns ja richtig leid, aber jetzt ging es irgendwie gar nicht mehr weiter. Ja, war zu schwer, ganz einfach gesagt. Ja, wieder da. Du bist auch hier? Ja. Du bist auch hier. Gut. Türhof hier. Machen wir ein bisschen ein auf, mal gucken. Achso, ich kann ja nicht mehr. Jetzt müssen wir ja dann eh nochmal zurück später. Lassen wir das Welcome to the Family aus. Ähm, Map. Dann bleiben wir gleich mal einfach. Also nimm mal People Like Us, oder was? Nee, wir bleiben bei den Case 2.1, oder was sagst du? Achso. Warte mal, Welcome to the Family ist ganz da hinten. Das ist das. Das sind alle hier in unmittelbarer Nähe, die unteren zwei. Dann machen wir halt mal One Man's Treasure. Okay. Ich hoffe, dass da nicht so ein Scheiß-Gegner ist. Aber wie gesagt, halt mal ein bisschen. Ach, hier lang geht's. Ne, wo dann geht's? Hier lang geht's. Ja, ich bin auch gerade falsch gelaufen. Ach, das nehme ich aber noch mit. Auch wenn das, ne? Dann ist es trotzdem ganz schön schwer. Ich nehme jetzt meinen Pylonen mit hier. Kann ich das einen auf den Kopf setzen? Pylonen finde ich witzig. Sieht mir nicht komisch aus. Ich weiß auch gar nicht, wann die Gegner kommen. Ob die vielleicht gar nicht jetzt nichts mit den Missionen zu tun haben. Dass wenn du einer bestimmten Zeit vielleicht in einen bestimmten Raum kommst, dass die dann da sind. Das kann auch sein. Das weiß ich nicht. Auf jeden Fall war das nicht gerade richtig. Ich weiß es. Ich weselt auch nicht. Äh, warte mal. Hier riecht ein Basie rum. Den nehme ich mir da mit. Ohne, dass wir jetzt wieder die Case feilen, dann wird er verpatzen. Das wäre dann auch scheiße. Ja, das wäre nicht so prickelnd. So, hallo Zombies. Dem setze ich jetzt was auf den Kopf. So. Den habe ich weggehauen. Hey, irritiert mich doch ein bisschen. Schwenkt hier hin und her. Ja, der Pfeil ist immer... Weiß ich nicht. Bisschen komisch. So, da gehe ich jetzt nochmal in den Boxladen. Oh. Geil, ein Bumerang. So, schon gehabt. Der kommt doch nicht zurück. Wieso kommt der nicht zurück? Scheiße, das ist wieder so ein Typ. War mit dem Bumerang zwei Leute gekillt. Sepp geil. Schweine. Schweine. Eine Hantel. Eine Hantel. Alter. Da ist es. Da ist Banditen, ey. Mann. Steht der wieder auf? Bleib doch mal liegen. Gibt's ja nicht. Und hier, Boxhandschuhe. Mal gucken, was in den Kartons drin ist. Alter, ich bin schon fast am Teil Ende. Ach nee, wir müssen wieder durch die Tür. Und. Pool Billiard. Dings. Gewunden. Boah, Alter! Wow, das sieht gerade ein bisschen doof aus, ja? Ich muss irgendwo was zu essen suchen Wem sagst du das? Ein Basketball So, ich will mich eigentlich mal umziehen hier, ne? Boah, ich denke wir wollen zu dem Pfeil mal hinrennen Ja, auch Nee, dann lass doch den Pfeil, komm, das schaffen wir sowieso nicht mehr Ich geige immer ein bisschen rum, ja Nee, dann geige immer ein bisschen rum Schaffen wir das nicht, klar schaffen wir das Nee, jetzt sagen wir nicht noch mal ein Ich denke, du bist doch schon beim Pfeil, ich bin auch gleich da Ja, aber wenn wir jetzt, geht's wieder den Weg raus zu dem Typen mit dem Motorrad, verstehst du? Ich glaube, das wäre jetzt nicht so clever Wir sollten vielleicht erst mal Ja, ich kann es später nehmen Alter... Scheiße Steht ein Auto Ich kann es später nehmen Geht nicht Abgeschlossen Scheiße Das ist Locked Nee, das ist ein Möbelladen Oder sowas Ah, nee, Klamotten noch, ich habe mich umgezogen Achtung, ich gehe mal kurz ping Ping? Ja, ich gehe wieder auf dieses Case 2-1, dass wir das dann Wenn es dann abläuft, gleich haben Okay Dann müssen wir das dann wieder umstellen Bin ich jetzt auch mal da aufgegangen Hä? Warum ist nicht jetzt auf einmal ein Pfeil, dass wir da hin sollen? Waaah Ja Ja Kieller Ich habe mich wieder umgezogen Hier gibt es nur Scheißklamotten Irgendwie Warte, hier lag was Hä? Hier war da irgendwas Hier ist Schmuck Oh, scheiße, ich habe Kieller bei mir Boah, was ist das für ein Kacke hier? Ja Hier zeigt er das Symbol an, aber auf der anderen Seite nicht Das ist ein Scheiß Na ja Irgendwas eingesteckt Hm? Oh, scheiße Böp, böp, böp Böp, böp He, ich schmeiße, ich mache Seifenblasen Dacke, ich kann mich nicht wehren, lass mich in Ruhe Ja Ja Wir helfen Ich habe 200 Dollar gewonnen Spielautomat Oh, hey, Zombie Komm, wir gehen nochmal spielen Weil echt mich hier besuchen Schweine Und ich kann aber nichts machen, weil ich hier Waffe habe Folgen mich Boah, die Kacke Ja, ich versuche ja gerade irgendwie zu dir zu kommen Wollen wir hin? Ah, hier oben Hier irgendwo Irgendwo oben Au Au Ja, au Apropos, Apropos Energie Fahr mal die Rolltreppe hoch Vorsicht Nicht Füße einklemmen Ja, ich brauche was zu fressen Ja, du wahrscheinlich auch Au Oh Habe ich doch gesagt, dass die Typen hier oben rumrennen Ja, ich will mir was irgendwie Was im Wesentlichen Nebenladen gibt's zu fressen Oh, jetzt kommen die alle zu mir Oder? Nee, doch nicht Rechts daneben in den Laden gibt's was zu essen Okay Ich versuch's hinzukommen Ja Sollte sie ihn mit Analogsteak, aber irgendwie Puh Irgendwie Bringt das nischt Ich bin nicht tot Und die Typen sind genau denken hier Klasse Ich brauche jetzt mal eine Waffe. Zwei Stück glaube ich noch. Einen habe ich umgehauen. Sehe ich den an mir? Der hoppt genau über mir. Zeig mir seinen schönen Arsch. Ja, so schön ist er doch nicht. Ich bin noch ein bisschen waffen. Oh, drei Stück sind hier bei mir. Also pass auf. Ich glaube die sind hier ein bisschen verpackt würde ich jetzt mal sagen. Die hocken genau bei mir und der eine dreht sie im Kreis. Ich komm gleich. Ich brauche nur eine Waffe. Ja hau erst die Typen und bevor du mir da irgendwas gibst. Ich brauche erstmal eine Waffe, habe ich doch gesagt. Alter. Die Gitarre ist auch gut. Die Gitarre ist auch gut. Die macht schon bei dir zuhause. Aber ich kann dir jetzt eine neue Waffe mitnehmen. Also ich muss, ich habe eben gemerkt, ich habe mir einfach einen Stuhl genommen, habe auf den Typen draufgekommen und dann war der tot. So ein Barhocker weißt du? Ja. 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 Der hat mich angesprüht, dann sollte ich da mit dem linken Stick machen. Aber irgendwie bringt das nichts mit dem Stick. Oder habe ich da irgendwas falsch gemacht. Ne ne. Du wirst schon befreiend von irgendwas. Ja. Aber irgendwie ist es immer weniger geworden. Immer weniger. Und seitdem liegt ihr auf dem Boden. Ich komme. Ich komme. Boah, jetzt halte ich mir gleich tot. Alter. Ich komme. Muss ich beeilen. Beeil dich. Wirklich. Komm doch schon. Ja. You are dying. Stand da. Also du stirbst. Das hast du ne Fahrrad gehört. Aber alt ist. Ich sterbe sonst. Ich kann auch nicht. Ich habe doch keine Waffe. Ich hab doch schonmal gesagt. Ich habe ja gesagt. Ich habe keine Waffe. Wenn sich's machen kann ich dies umfahren. Da lagen doch genug Waffen rum. Na ja. Gleich. Nee. Das wird nichts mehr. Das wird nichts mehr. das kannst du vergessen, das sieht jetzt alle platzen aus oder was? na klar nein, ich will nicht weiter nein, scheiße, ich hab grad ein Bein gegriffen, ja man, das gibt's doch nicht, was ist denn hier los heute? das werden viele Frustparts ja